Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Cryptoanarchist. Wir schauen einmal rein Leute. XRP heute bei 85 Cent, also eigentlich wieder ein bisschen stabil. Wir hatten hier einen großen Peak tatsächlich, um ich glaube 5 Cent oder so. Er zeigt mir nicht gerade ganz genau an, wo wir hier waren, aber ich glaube wir waren da so bei 89, 90 Cent sogar schon mal. Also ziemlich cool, auf einmal gab es da so einen krassen Spike in dem ganzen Chart. Ziemlich interessant, gerade auch weil andere Coins das natürlich wieder nicht gemacht haben. Sehr, sehr interessant. Wir gucken einmal Bitcoin bei 46.000, also auch wieder stark runtergegangen. Was heißt stark? Aber um 2.000, 3.000 seit gestern und vorgestern. Von daher haben wir auch wieder ein paar Verlierer hier im Markt. 8, 9 Prozent runter an der Stelle. Das Ganze wird natürlich von Bitcoin mit nach unten gezogen. Bevor wir in das Video rein starten Leute, ich habe einen Udemy Kurs erstellt. Und da geht es einmal um die Anfänge in Kryptowährungen, aber auch für Fortgeschrittene ist das Ganze interessant. Wir schauen uns da an, was sind die Grundlagen des Kryptowährungshandels, wie kaufe ich, wie verkaufe ich, wo kann ich meine Kryptos halten. Ich setze da zusammen mit euch ein Ledger auf in dem Video. Also ziemlich interessant das Ganze. Gerade für Weihnachten natürlich super. Udemy hat ja auch noch einen kurzen Sale für 35 Prozent Rabatt, kann man das Ganze jetzt hier noch erwerben. Und ihr unterstützt natürlich damit auch meinen Kanal, dann kann ich hier noch bessere Videos bringen. Von daher vielen, vielen Dank. Gerade auch natürlich zu Weihnachten zum Verschenken, denke ich mal, ist das Ganze sehr gut geeignet. Dafür fangen wir einmal an mit richtigen Kracher-News für heute und zwar von Jack the Ribbler. Boom! Alle Banken werden automatisch in das System eingeführt von SWIFT im November 2022. Also jetzt fast genau in einem Jahr. Sehr, sehr heftig. ISO 20022 ist da super wichtig. Wir haben hier einmal die Timeline von TeigXRP. Da hatte Brett Garlinghouse nämlich gesagt, in fünf Jahren sind wir nicht nur Amazon Books, sondern wir sind ganz Amazon. Sehr interessante Aussage aus dem Februar 2020. Das heißt, 2020 hat Brett Garlinghouse dieses Zitat gebracht. Dann kam die Klage. Dann im Übergang zwischen 2020 und 2021 wurde intern getestet. Dann 2022 das Rollout, also das Ausrollen von der ganzen Technologie. Die Industrie migriert auf XRP. XRP hat Klarheit. Sehr wichtig. Also die Klage muss da schon dann beendet sein nächstes Jahr. Und dann 2025, alle finanziellen Institutionen sind kompatibel mit ISO 20022 und auch mit XRP. Das prediktet er hier so. Wir haben hier einmal die passende Timeline noch dazu von SWIFT.com. Den Artikel, Erleichterung der Einführung von ISO 20022 mit neuem Interflow Übersetzungsdienst. Sehr, sehr interessant, was hier alles so steht. Also unsere ISO 20022 Services für grenzüberschreitende Zahlungen. Ihr wisst, XRP ist dafür prädestiniert und das ist eigentlich so das Steckenpferd von Ripple und XRP. Stehen für Kundentests bereit. Der Wechsel zu ISO 20022 ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategien, der Banken erhebliche Geschäftsvorteile erschließen wird. Sehr, sehr krass. Und wenn man sich das Ganze mal so anschaut und vor Augen hält, bis 2025 soll alles abgeschlossen sein. Passt ziemlich gut mit diesem ganzen Zitat hier von Brett Garlinghouse. Gerade auch, dass er halt sagt, in fünf Jahren. Er könnte natürlich auch sagen, in der Zukunft oder in zehn Jahren. Das kennt man ja auch, vielleicht auch so von so Bewerbungsgesprächen. Wo sehen sie sich in 15 Jahren oder wo sehen sie sich in der Zukunft? Und gerade hier sagt er, in fünf Jahren sind wir nicht nur Amazon Books, sondern wir sind ganz Amazon. Und in fünf Jahren, also 2025, werden alle finanziellen Institutionen daran angebunden sein, an die ISO. Also, das Ganze aus meiner Sicht sehr, sehr klar und passt sehr, sehr gut. Von daher hier nochmal ein super Artikel. Dann geht es direkt weiter. Da haben wir noch einmal News zur ganzen Klagesituation. Game over. Mehr Wins für XRP. Also mehr Gewinne, mehr Siege für XRP. Mehr Gewinne für XRP, da die SEC angeblich argumentiert, dass die Bitcoin und Ethereum nie als Nichtwertpapiere deklariert hat. Also, da geht es weiter. Sie haben jetzt offiziell gesagt, nein, das haben wir nie gesagt. Das war alles nur die Meinung von einem Mitarbeiter, der in einer Rede das mal gesagt hat. Obwohl es damals dann noch hieß, ja, der spricht für alle quasi. Also, sehr spannend. Gerade Bitcoin und Ethereum sind noch nicht im Trockenen. Das wird hier nochmal ganz klar gesagt. Dann haben wir SBI, wie sie einen neuen globalen Kryptofonds launchen. Wir haben hier einmal XRP, Bitcoin, Ethereum, Link, Bitcoin Cash und Polkadot können jetzt von normalen Anlegern über den neuen SBI Kryptofonds gekauft werden. Die SBI Group lanciert einen Kryptofonds für normale Anleger, bei dem sie XRP, Bitcoin, Polkadot und andere Coins kaufen können. Was das Ganze zeigt aus meiner Sicht ist, dass die anderen Länder und auch andere Kontinente generell nicht wirklich sich darum scheren, was da in Amerika passiert. Also, gerade hier mit XRP, die nehmen das einfach in so einen Fonds auf. Da kann man ganz normal rein investieren. Es ist da ganz normal eine Cryptocurrency, also eine Kryptowährung. Ich muss immer noch an diese eine Diskussion denken, die ich mal in den Kommentaren mit jemandem geführt hatte, wo die Person behauptet habe, dass dann XRP keine Währung ist, weil das ja auch aktuell noch auf der Kippe stehe. Trotzdem wird es einfach von anderen Ländern hier als Kryptowährung anerkannt. In Japans First Cryptocurrency Fonds. Also, ich bin der Meinung, wenn eine Währung oder ein Asset generell, hier wie XRP jetzt, in einem Kryptowährungsfonds auftaucht, dass dann zumindest diese finanzielle Institution oder dieses Land auch vielleicht das Ganze als Kryptowährung sieht. Wenn man mal so die Logik weiterspinnt, bin ich eigentlich der Meinung und ich glaube, da gibt es auch eigentlich nicht so viel Diskussion drüber, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt. Und warum sollte beispielsweise Bitcoin Cash eine Currency sein, also eine Währung, wenn es XRP nicht ist? Ich sehe da eigentlich keinen großen Unterschied. Gut, außer, dass XRP natürlich tausendmal besser ist. Aber das sei mal so nebenbei betrachtet. Trotzdem, das Ganze hier sehr interessant. Von Voo Blockchain sehen wir hier den ersten Tweet zum neuen Cryptocurrency Fonds. Hier haben wir nämlich einmal die Verteilung von dem Ganzen. Auch ziemlich interessant. Danach gewichtet, wie groß auch das ganze Asset ist. Also klar, dass die jetzt nicht so viel Bitcoin Cash reinpacken wie Bitcoin, war eigentlich von vornherein klar. Trotzdem sehen wir hier einmal ganz gut, also Bitcoin, Ethereum und XRP machen schon über die Hälfte aus, wenn man das so sieht. Polkadot auch ein sehr großer Teil. Und dann wird schon ein bisschen weniger mit Litecoin, Chainlink und Bitcoin Cash. Die machen hier so viel aus wie quasi Bitcoin insgesamt. Klar, ob man jetzt, wenn man eigentlich als richtiger Investor da investieren möchte, ob man dann in so einen Cryptocurrency Fonds investiert oder nicht vielleicht doch lieber das Ganze selbst macht. Also wenn man jetzt mal so überlegt, ich kann mir ja auch diese Ratio hier raussuchen, beispielsweise diese drei. Und dann kann ich ja auch einfach zu einem so großen Prozentsatz in diese Kryptowährung investieren. Ich bin nicht der Meinung, dass man dafür eine andere Firma braucht. Schon gar keinen Fonds oder einen aktiv gemanagten Fonds oder was auch immer. Sondern eigentlich kann man das Ganze sehr gut selbst machen. Und wenn man da so diversifizieren möchte, dass man sagt, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung. Ich möchte einfach so in alles investieren und glaube an einen allgemeinen Anstieg vom Markt. Kann man ja einfach in die Top 20 Coins einfach ein bisschen Geld packen mit der Gewichtung, die man sich selbst aussucht. Oder man kopiert die einfach hier von der SBI. Aber trotzdem bleibt es immer so ein bisschen fraglich, ob man da überhaupt eine andere Firma für braucht, die das für einen macht. Dann geht es weiter von Michael. Er hat hier BIS Innovation Hub. Das ist auch sehr interessant. Globales Kryptoregulierungsrahmenwerk, also Framework, soll 2022 erscheinen, sagt BSI Innovation Hub, Boss. Also neue Kryptowährungsregulierungen, eine neue Zusammenstellung von Regulierungen, wie man das System wirklich regulieren sollte und können sollte. Das Ganze hier in Bezug auch auf DeFi, also Decentralized Finance, Dezentralisierte Finanz, Technologie, wenn man so möchte. Globale Zusammenarbeit, wir lesen hier einmal. Der prominente französische Ökonom behauptet, dass verschiedene Gerichtsbarkeiten auf dem Weg sein könnten, lückenhafte Ansätze zur Regulierung von Kryptos zu entwickeln, die auf globaler Ebene ineffizient sein werden. Also irgendwo lokal werden dann einzelne Sachen beschlossen, werden reguliert oder auch nicht. Und das Ganze kann natürlich dann auch großflächig zu Verwirrungen auch natürlich sorgen. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Land, wo das Ganze verboten ist. Zum Beispiel Bitcoin ist verboten in China beispielsweise. Und dann wolltet ihr dann da Bitcoin hinschicken. Vielleicht werdet ihr dann ja auch noch irgendwo da angeklagt oder steht auf irgendeiner Blacklist drauf oder was auch immer. Das ist natürlich alles sehr, sehr schwammig und sehr, sehr fehlerhaft. Dann geht es weiter vom Bearable Bull. Er schreibt hier, wir haben noch keinen vollen Bull-Cycle erlebt. Es ist immer noch ein Bullenmarkt und die Altcoin-Season wird noch passieren. Also die Altcoins werden noch pumpen. Du hast es noch nicht verpasst. Wir sind noch richtig zum Main-Event. Denke ich auch, gerade weil XRP und XLM noch nicht gepumpt sind. Daran kann man immer ganz schön sehen, dass da eben noch viel Platz nach oben ist. Von daher warten wir da mal, was da noch kommt. Aber trotzdem, an der Stelle bin ich der Meinung, wir sind noch nicht am Ende. Trotzdem sollte man auf dem Weg immer weiter Profite mitnehmen und das Ganze sparen für einen möglichen Bear-Market. Dann geht es weiter von Lark Davis. Er schreibt hier, Krypto ist wahrscheinlich der einzige Markt, in dem man am Anfang des Jahres mit 10.000 Dollar starten kann und dann das Jahr mit einer Million beendet. Da bin ich auch der Meinung, also gerade mit 10.000 Dollar lassen sich schon sehr, sehr, sehr viele Sachen machen, hier auch im Markt. Und mit ein paar richtigen Investments kann man damit so, so viel Geld machen oder das natürlich schnell auch wieder verbraten. Das ist klar. Trotzdem sei hier gesagt, man hat so viele Möglichkeiten im Markt. Das ist schon richtig, richtig gut. Dann geht es weiter vom Whale Alert. Dann sind wir wieder auf dem verdienten dritten Platz. Ich bin mal gespannt, was da passiert, wenn die SEC-Sache vorbei ist. Dann noch von XRP Privacy. Ich bin kein Riddler, ich wollte hier nur noch mal das Ganze teilen. Also das sagt er, nicht ich. Wir haben hier einmal noch verschiedenste Ausarbeitungen und Interpretationsmöglichkeiten zu dem ganzen Rätsel. Die Wand und vieles, vieles mehr. Ich hoffe ja, dass wir dieses Jahr auch wieder ein neues Rätsel bekommen zu Weihnachten. Dann haben wir hier noch eine Möglichkeit in Bezug auf Numerologie. Hier 22.13, also der 15. März und 13.22. Ziemlich interessant. Und noch von Renigma XRP. Ich kann nicht mehr warten. Archilect hat am 17. hier gepostet den Switch auf ON. Also ziemlich interessant hier. Der ganze Schalter wurde umgelegt. Wir hatten ja auch gestern in dem Video, Brad Garlinghouse legt den Schalter um. Er hat hier den Switch gepostet und Brad Garlinghouse spricht dann von dem Switch, dem Hebel, den man umlegen soll. Ziemlich, ziemlich interessant. Das Ganze könnte da definitiv noch passen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen, macht es nur wieder bei frischen neuen XRP News. Beziehungsweise um 20 Uhr auf meinem neuen Kanal Crypto Tagesschau. Da geht es allgemein um News. Schaut da gerne rein. Ist der zweite Link in der Beschreibung. Der erste Link in der Beschreibung ist mein Udemy Kurs. Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Und ich hoffe mal, dass ihr da fündig werdet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Ich habe mich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.